Suchen Sie nach einem Käufer für Ihr Unternehmen oder möchten Sie eine Firma kaufen? Steht ein Generationswechsel in Ihrem Familienunternehmen an? Mein Name ist Ingo Klaus. Ich bin Ihr Kern-Nachfolgespezialist in der Region Osnabrück, dem Münsterland und Ostwestfalen. Kern ist aus der Geschichte und aus den Erfahrungen eines Familienunternehmens vor vielen Jahren entstanden. Und auch ich selbst habe den Prozess einer Unternehmensnachfolge in einem Familienunternehmen erlebt. Oft geht es dabei um sehr hohe und wichtige Vermögenswerte. Es geht um Ihre persönliche Absicherung, die Zukunft Ihrer Mitarbeiter oder auch um Wachstum und die konkrete Identifizierung des richtigen Käufers oder Verkäufers. Und genau deshalb liegt mir dieses Thema so sehr am Herzen. Ich bin Diplomkaufmann und unter anderem ausgebildet und zertifiziert als Mediator, Qualitäten und Erfahrungen, die für einen erfolgreichen Prozess der Unternehmensnachfolge von entscheidender Bedeutung sind. Ich begleite seit mehr als 15 Jahren familiengeführte Unternehmen bei Unternehmensverkäufen und Käufen sowie beim Generationswechsel in der Familie. Aufgrund meiner besonderen Erfahrungen in der Gestaltung und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen, kann ich sie vor teuren und schwerwiegenden Fehlern bewahren. Da wir als Spezialberatung ein extrem großes Netzwerk zu mittelständischen Firmen, Banken, Verbänden, Investoren sowie Käufern und Verkäufern haben, bekommen wir zeitaufwendige und komplexe und schwierige Nachfolgeprozesse oft schnell und reibungslos gelöst. Sie werden sich vielleicht fragen, was uns von anderen Mittelstandsberatern unterscheidet. Vier wichtige Punkte. Erstens, wir sind von Kern auf Unternehmensnachfolge spezialisiert. Wir machen nichts anderes. Zweitens, bei uns erhalten Sie nicht nur die praktische Erfahrung und das Expertenwissen, sondern auch weitere Qualifikationen als Mediatoren, Coaches oder Bewertungsspezialisten. Verhandlungskompetenz, die Ihnen bei der Unternehmensnachfolge zugutekommt. Drittens, wir arbeiten stark erfolgsorientiert. Bei uns gibt es keine monatlichen Kostenpauschalen, sondern ein faires und transparentes System von Leistung und Gegenleistung. Das ist für uns im Sinne von Glaubwürdigkeit und Integrität ein wichtiger Wert gegenüber Ihnen als unsere Kunden. Viertens, mit modernster Analyse- und Prozestechnik bieten wir Ihnen eine unvergleichliche Beratungsqualität, kombiniert mit einem großen Netzwerk in vielen Ländern. Zu allen Fragen der Unternehmensnachfolge haben wir für Sie einen Gratis-Ratgeber als E-Book entwickelt. Rufen Sie ihn einfach hier online ab. Oder nutzen Sie mein Angebot eines vertraulichen Erstgespräches. Vereinbaren Sie jetzt direkt einen Termin über unsere Homepage oder rufen Sie mich an. Ich freue mich auf das persönliche Gespräch mit Ihnen.